Laura Maria ist anscheinend bereit, ihr erstes Baby auf der Welt zu begrüßen. Sie und ihr Verlobter Pietro Lombardi erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Beauty nimmt ihre Follower auf Instagram regelmäßig mit und lässt sie an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Zusätzlich gibt es immer wieder Updates, was das zukünftige Leben mit Baby betrifft, wie beispielsweise das Babyzimmer. In ihrer neuesten Instagram-Story zeigt Laura Maria das zukünftige Zimmer ihres Sohnes bei ihren Eltern. Dabei handelt es sich um ihr altes Kinderzimmer – wie passend. Zudem zeigt Laura Maria eine große gemütliche Babyschale aus Stoff mit passenden Sternenkissen. Doch das absolute Highlight ist, dass das Baby von Pietro und ihr bereits jetzt eine eigene Spardose besitzt. Diese ist sogar personalisiert, doch Laura hat für ihre Story den Namen unkenntlich gemacht. Den Namen ihres Sohnes wollen die Eltern nämlich noch nicht verraten. Biogen. Bis zum nächsten Mal.